Wir erleben eine Zeitenwende. Was da, Berlin? Dann wird erneut das ganze Land in der Geißelhaft dieser Gruppe von Männchen sein. Dann werden wir auch gegen Widerstände diesen Weg mit ihnen gehen. Der alternativlose Podcast. Ich bin kein Querdenker, ich bin kein Impfgegen, ich habe mich impfen lassen, ich habe Multitizkose und es verschlechtert sich alles bei mir. Und es interessiert kein Schwein. Ist denn noch alles drin bei dir? Alles drin? Niere? Ich bin schon gebraucht. Also man muss schon mit Gebrauchsspuren rechnen, leider. Wie war es denn damals mit den Masken, die hier monatlang nicht verfügbar waren? Wie war es denn mit dem Desinfektionsmittel? Wie war es denn mit den medizinischen Dingen, die die Mediziner gebraucht haben, die aber auch die Mediziner nicht hatten? Und diese Menschen in unserem Land sollen sich darauf verlassen, dass diese Politiker für uns vorsorgen? Nee, da gehe ich mal lieber hamstern. Innenministerin Marie-Antoinette de Lima-Gos-Versia sagte, wenn sie keine Meerschweinchen haben, sollen sie doch Hamster essen. Hier sind die Mitze und Phone-Gos-Versia痛. Und abeinander aparece. Dann. Dann ist sie ganz schön. Dann gehen wir mal.